Hallo, herzlich willkommen. Heute melde ich mich mal von draußen, weil gerade so ein schöner Nachthimmel ist. Sternenlos, aber mit viel Mond. Ich habe am heutigen Tag ein wenig was gearbeitet, was ich sonst da eigentlich eher seltener tue. Nicht das Arbeiten, sondern eine Arbeit, die ich sonst seltener tue. Und zwar habe ich heute ein Waldbild gemalt für meine kleine Nichte. Die ist jetzt drei Jahre alt geworden und sie liebt eine gewisse Figur. Ich sage jetzt mal noch nicht welche. Und deshalb hat sie von mir als Geburtstagsgeschenk eine Wandmalerei bekommen. Und dieses Bild, das habe ich ihr in ihrem Kinderzimmer an die Wand gemalt mit Farben. Wer sowas machen möchte, Kostenpunkt waren um die 15 Euro für Pinsel und Farben. Mehr ist es nicht. Bekommt man im Baumarkt diese Farben, die man dafür braucht. Achte darauf, dass es Wandfarbe ist und dass es Volltonfarbe ist. Und dann kann man da auch schon loslegen, wenn man eine entsprechende Vorlage hat. Und wie das Ganze ausgesehen hat, das zeige ich euch jetzt. Und wie das Ganze ausgesehen hat, das Ganze ausgesehen hat, das Ganze ausgesehen hat. 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 The ones that finally reached the point Will reach the point Sweating in a hot night Far from sleep but inside Tired of this life enough to stream Hey I mean don't act like you don't notice Everybody that we kiss just likes us to the point When we stop running around In circles, in circles Yeah And it leads us nowhere Always ending where we started from So come, so come With me we'll be The ones that finally reached the point We can reach the point Coming home at past 5am and it's black night No one's waiting there for me, it's true I knew it will turn out this way I was prepared for someday I'm just impressed that it just came so soon It came so soon We'll be right back Oh, oh 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 Oh, oh no Oh, oh 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 Mm hmm King, king, king Even if so Oh, oooom Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, die Vorlage darf ich euch leider nicht zur Verfügung stellen aus lizenzrechtlichen Gründen. Ich will jetzt hier keine Scherereien mit Disney bekommen, aber wenn ihr sowas nachmachen wollt, wie gesagt, die Farben habe ich zum Beispiel bei Pocodomäne gekauft, die Pinsel dazu auch und das Ganze hat mich keine 15 Euro gekostet. Also es ist auch mit nicht allzu teuren Mitteln nachzumachen. In diesem Sinne wünsche ich euch dann natürlich wieder viel Spaß. Klickt auch meine anderen Videos an und wenn euch das Video gefallen hat, dann erzählt es euren Freunden. Wenn nicht, dann erzählt es eurem Hausarzt, weil der hat Schweigepflicht. Damit tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.